Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo! Emojis sind nicht nur Smileys, sondern werden auch in anderen Situationen gebraucht. Ja, das hier zum Beispiel ist eine Aubergine. Ganz eindeutig ja. Oder? Penis oder so. Was ist das Zeichen für Sex? Ein weibliches Geschlechtssein. Oder ein Po. Penis oder so. Hallo! Kennen Sie Emojis? Nein. Nein? Das sieht nach einem menschlichen Körperteil aus. Keine Ahnung. Heute Abend gibt's Gurken oder so. So rum oder ist es dann eher... Was? Kochsaute. Obst, Gemüse und so alles. Denkt ihr mal einen Zusammenhang aus? Gurkensalat. Wie was für eine Gurke? Eine Freilandgurke. Der Johannes, nicht die Nase. Der Johannes. Wenn die Gurke nicht mehr reicht, ist das ein größeres Jahr oder wie soll. Wenn die Gurke nicht mehr reicht, nehmen wir die Aubergine. Zwie... Nein, nicht Zwieback, sondern... Ich weiß nicht ganz genau. Zwieback? Nein. Bist du eher Gurke oder bist du eher Aubergine? Das anstelle vom Gurkensalat macht man dann... Aubergine Salat. Das ist hier nix. Ohhhh. Ohhhh. Ich bin ein Koch. Ohhhh. Kann ich machen eine Moussaka mit Aubergine oder Salat? Was weibliches? Okay, was weibliches? Imagina. Das ist einfach voll raus. Es ist nach wie vor eine Aubergine. In Griechenland gibt's sowas nix. Dann mach mal so. Willst du mit mir schlafen, Smiley? Zum Beispiel, wenn man Weiber anmacht. So in der Disco direkt? Direkt, wenn man die Nummer bekommen hat, direkt was schicken. Machen viele Leute abschicken. Louis, was sagst du denn? Was ist das? Der weiß auch, was das ist. Der weiß auch, was das ist? Der weiß sehr gut, was das ist. Okay, oder... Danach ist okay. Die Wurst in das Loch. Was bedeutet das denn hier? Was sehen Sie denn hier? Eine Pfirsiche. Das sieht aus wie eine Asche. Das könnte auch ein Hintern sein. Es ist ein Hintern. Fisische Schweig, Apfelsaar. Griechische Pizza. Eine Pizza. Eine Pizza. Ein Döner. Wir gehen essen. Wir gehen essen. Super. Geh mal zum Taco. Geh mal zum Taco. Verarbeitung kannst du raushauen. Eine Ahnung. Vielleicht die Brüste? Was könnte es sein? Ach so. Eine Magina. Für die Gurke bei der Frau wahrscheinlich. Ah, okay. Das ist der untere Teil von einem weiblichen Geschlecht. Ach so. Ja. Haben Sie das gesehen? Hätten Sie das erkannt? Nein. Wollen Sie immer noch schön... Wollen mich nicht so trauen. Hast du vor, in der nächsten Zeit Taco zu verschicken? Ich glaube nicht. Okay. Super. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich versuch. Ach willst du... Ach so. Ah, ich würd's jetzt nicht so. Okay. Das machen heute auch noch viele. Früher haben wir das Kind auf. Früher haben wir das Kind auf. Ja. Ja. Aber heute nicht mehr. Na, heute mach ich das nicht mehr. Was sind eure Lieblings-Emojis? Und was bedeuten die? Postet sie unten in die Kommentare. Tschüss. Tschüss. Tschüss.